Musik 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 Kurz für eine neue Woche werden die Verteilung der Grand Duches-Henri bei der Kathedrale auch kommen. Kurz darauf werden die Tue von der Großherzog Guillaume zusammen mit der Grand Duchess Maria Theresa. Bei bestem Hochzeitsführer werden die Reliefszeremonie an der Kathedrale um Samstag vier Mittags den Höhepunkt von der Prinzenhochzeit und dadurch wenigstens von der royale Gäste, die sich für den Höhepunkt vom europäischen Höhepern gelesen wird. Gäste werden die belgische König Albert und die Königin Paola, die Königin Beatrix von Holland der Begleitung von Prinz Wilhelm Alexander und der Prinzessin Maxima oder auch das norwegische Königshaus mit einer anderen der Prinzenkoppel Haakon und mit dem Marit. Die Leute werden kommen, für sich die langweiligen Hochzeit umzuschauen. Sie haben des Weiteren die schwedische Königin Silvia und die rundvolle Prinzessin Viktoria und Prinz Daniel gesehen, da dann die spürende Prinzenkoppel Philippe und Letizia und auch das dänische Königshaus mit einer anderen dem Prinz Frederik und der Prinzessin Mary. Das Königshaus von Großbritannien darf man Prinz Edward und der Prinzessin Sophie von Wessex vertragen. Einer bekanntheitlichen Gesichter ist der japanische Prinz Naruhito, Prinzessin Lala Salma von Marokko und auch Prinzessin Caroline von Hannover. Mit an der Kathedrale dabei, da waren natürlich auch sämtliche Letzebäuer-Autoritäten, wie beispielsweise die Regierung oder die Schomba-Deputiert. Den absoluten Häuschpunkt an der war natürlich der Revier von der Prinzessin Stephanie. Eine lange Brautkleid vom Stardesigner Ila Esab, da sind die Metatüllerseite mit 50.000 Perlscher und 80.000 Pailletten, als sie ein paar wie von der Kathedrale vom Erzbischof Jean-Claude Hollerisch empfangen gehen. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Scher Stefanie, scher Guillaume, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das versprüche mir, am Nun vom Pap, auf dem Sohn, auf dem hellen Geist. Amen. Zum Schluss von der Hochzeitsmastern sind Brautpour an ihren Temüern nach den Registern erschriven. Hier hat Koppel der Führung der Kathedrale begeistert, von denen die vielen interessierten Spektatoren empfangen geht. Klacken von der Kathedrale hoge laut und haben dann die Kanonische Schöpfen aufgefeiert. Und da war es so weit, den Moment, auf dem so lange gewerkt wurde. Koppel als auf dem Balkon vom Großherzoglischen Palais getrat, hat sich endlich den Hochzeitskurs gegeben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Can you feel, can you feel, you're the only one I trust, cause I'm in love with you.